So ändern sich die Zeiten. Marosan. Jetzt raus. Gut, Lotzin nimmt Meier mit. Jawohl, er hat sie gut gesehen. Die Pauze! Die Schufe wieder rein. Da ist das Ding. 1-0 Deutschland. Was macht die denn hier? Also, das freut mich persönlich, liebe Zuschauer. Leonie Meier macht das Tor. Nicht eine der Arrivierten. Nicht eine von denjenigen, von denen man das erwartet hätte. Sondern sie, Leonie Meier. Super Tor. Herrliche Spielverlagerung zuvor. Von der linken auf die rechte Seite. Und dann läuft die einfach durch. Schauen Sie sich einmal den Kopf hoch. Und rein damit ins lange Eck. Klasse Tor. Endlich. Das ist hochverdient. Da braucht man auch gar nicht drüber zu diskutieren. Und natürlich ist es ihr erstes.